Verdammt Okay, meiner braucht viel länger Und zwei... äh... Pinke Ich wüsste gar nicht, warum ich raus geh Ruf alle an, Kerl Wir haben nur einen Tisch Ach ja Oh mein Gott Der müllt hier rein Arschloch Kommen sie nie wieder Danke, Gis Der Fisch Ja, kein Stress, ist alles gut Guck mal Die Leute warten Jetzt riecht sie halt ein bisschen gut, ist doch gut Super Oh Oh Aber ich bin sauber Ist alles sauber hier Mixing unsere Sauberkeit hier So, Plates Dining table Plates, oder? Und Research Desk in den Dings rein Ja Ich möchte die Kerzen kaufen Mach die, mach die dazwischen, oder? Oder Ne, 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 doch nicht Braucht Ablage Aber Wir haben ja noch Counter, ne? Ne, 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 ne Ja, 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 so, irgendwas noch Ne, ne, ne Was? Ne Jetzt wollen die alle blauen Fisch Wär doof Hier, für Notfall, falls wir noch ne blaue bauen Wir brauchen noch, wir wollen einen blauen Achso, für den Gister, ne? Ja, weil er so viel Rote machen kann So viel schneller Der Counter ist nicht so geil Na, man ritt ein bisschen vorn, ne? Außer du blöde Ja, komm ja, du dich halt einfach da drum Dann gehen wir uns nicht im Weg Kannst du mir einfach helfen, genau Oh, oh, oh Oh, mein Gott Das war ich nicht Oh, das bin ich Ich auch nicht Äh Ich muss nachladen Start Nachladen 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 Wenn wir erinnern, dass du Humanum stoppt Lade nach So was muss man schreiben Lade nach Ja Ich will einen Ich will reload Oh nein KOMM OBI Hey! So! Boah! Jetzt weiß ich gar nicht ob der fertig ist oder nicht, doch, der dampft noch. Boah, ein besseres Waschbecken. Ja, wir haben mal den Research Lacks gerade da drin. Oder, äh, so ein Dishing Rack oder so ein Scheiß. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich einfach schnell ein zweites Research Desk finden, ne? Das war's schon. Da kommt so viel Dreck hier beim Fisch. Wir brauchen alles. Hier ist der Research Desk, guck mal, da haben wir schon mal ein zweites... Oh, ein Trace Stand. Shit. Der ist aber zu teuer. Ja, der ist zu teuer leider. Passt dir das so, Gis, oder sollen wir dieses Research Dach woanders hinpacken? Also, jetzt passt es noch, aber später würde ich das... Ja, wir kriegen ja später noch was anderes da. Also, wir könnt's ja... Wir könnt's ja einfach hier hinten schon in den Raum rein machen. Anstatt es... Gis jetzt einfach erst mal machen zu lassen, wo es jetzt passt. Da müssen wir's da hin! Ohhhh! Dann mach's halt da hin oder so, keine Ahnung. Ja, geil. Kann ich erst mal rauslaufen machen. Das Telefon auch da hin. So. Warte, ich helfe dir. Ist kaputt. So. Äh, brauchen wir noch ein Dining Table, noch einen dritten, oder? Ja, zwei reicht erst mal, ne? Zwei reichen, ja. Ich würde sagen, ich glaube, wir sind hier nicht schneller mit den Chefs Fischen. Wobei, ich mag die. Ich finde, die sind schöner. Ich mag auch ein Drei. Ich finde, die aussehen soll gut schmecken. Was wollen sie? Blau! Zwei blau! Ja, komm. Ja, komm. Drei blau! Macht's erst mal. Warte! Na, die Bestellung wurde schaden genommen. Ich wollte kurz abgeben. Nochmal zwei blau! Oben! Das Volk, Alter! Was haben die für Probleme, Blau? Die brauchen einen besseren Ofen. Ja. Aber der kann auch ruhig schnell verbrennen. Weil das dauert ja eh lange. Ja. Das ist scheißegal bei denen. Nochmal zwei blau! Was ist denn mit denen? Hey, komm ich in den Teller! Ist grad Saison hier, oder was? Jetzt dunst ich das Item, wo sie... Wo man ein Item macht. Wo man so den roten Fisch ausstellen könnte, damit die mehr roten Fisch holen. Ja. Der ist hilfreich. Ey, Blau kommt runter. Hä? Stopparen, wer haben wir noch? Geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Was wollen sie? Ich fresse! Blau und rot, rot und blau! Was? Der ist nicht fertig. Was war's? Bist du bekloppt? Ich weiß. Pisch durch! Pisch durch! Was haben wir jetzt eigentlich hier drin? Man kann das gar nicht erkennen. So viel Spaß! Heul doch! Dreh's doch einmal. In die Kamera. Ja stimmt, man kann's ja drehen. Ich... Ich... Ich seh gar nicht. Ihr wolltet mehr Sachen jetzt! Ja gut, ich hab Zeit. Doch! Also, ich kann mit dem lauren Fisch noch eine Scheiße machen. Wer soll denn da noch waschen währenddessen? Kartoffeln kochen. Kartoffeln kochen. Ja. Aber wir brauchen dafür einen Ofen. Blueprint Desk. Das ist doch der Ersetzen, oder? Der ist scheiße. Ja, wir brauchen... Stimmt, wir brauchen dafür einen Ofen, ne? Hier ist noch ein Ofen. Äh... Nicht einen Ofen, noch ne? Aber die bestimmt auch. Jaja. Aber wir haben noch unseren Research Desk. Wait, warte mal, wo ist unser Topf? Wieso? Wir brauchen keinen Topf. Äh... Ach, keine Ahnung, was... Wie funktionieren die überhaupt? Muss man einfach schneiden und dann einmal draufpacken? Ja, Kartoffeln kochen. Oder erst draufpacken und dann schneiden? Einfach nur Kartoffeln auf den Herd wahrscheinlich. Mach dir Pommes. Das hört gut aus. Oh geil! Die wollen was haben. Die wollen kein Zeitdisch! Ohhhh! Geil! Fisch! Jetzt hab ich den groß, aber was? Lord! Der Chris hat's einfach ausgetauscht! Arschloch! Ich hab gar nichts gemacht! Bullshit! Lass uns wieder tauschen! Guck mal, der macht schwarze Pommes! Geil! Nice! Warum Fisch? Oh, wir kriegen als nächstes nen Discount Desk! Da oben hab ich doch! Wenn das dafür auch zählt! Oh, der Blau ist da oben! Ja, aber es fehlt da noch einer! Achso, da! Die soll immer scheiß Beilage! Aber das wird doch die Kartoffeln dann sein! Keine Pommes! Ich denke jetzt auch, aber... Können die Kartoffeln 2 haben? Ja, duf ist, dass die auch noch... Ne! Jetzt kommt da einfach keiner mehr! Oh, die kommen doch! Spann dich! Jetzt geht die da oben, ey! Der hat aber alles mal mit Pommes zu machen! Ja, das werden wir ja dann rausfinden! Das wird schon passen! Ja! Ist doch erst! Dann rufen wir halt einmal jetzt nicht an! Was anrufen? Ja! Hier mit Pommes! Guck mal! Ja! Fischen Chips! Leute, die nehmen das ja wirklich! Oh, whatever! Ja, es ist halt, sie ignorieren die da! Es ist halt ein Extra-Essen! Oh, good to know! Wenn man aus Versehen mal Pommes macht! Warum waren jetzt die Dinger hier vertauscht? Die sind random, ne? Guck mal! Deswegen ist die Plane davor! Ja! Es ist random, wer was bekommt! Wollt ihr dann lieber einfach so machen? Ja! Dass jeder Kartoffeln machen kann? Ja! Jeder kann Kartoffeln machen! Jeder kann Kartoffeln machen! Jeder kann! Jeder hat einen Bereich, wo er nicht mehr raus kann! Wobei, Chris kann ja raus! Jetzt kann ich den nicht mehr sauber machen, ne? Chris, jetzt bist du tot! Wir können Chris auch noch einsperren! Ja, ja, mach! Mach! Nein! Gut! Ich glaub zwar nicht, dass er uns aufsafen muss, aber wird schon... Hey, ist das jetzt auch ein Discount-Desk schon? Nein! Das wird aber jetzt gleich einer! Oh, das sieht so aus wie einer! Nein, das ist ein Blueprint-Desk, kannst du nicht lesen! Kann ich das Tablet haben? Ne, kann ich wirklich nicht! Tablet? Was willst du mit dem Trace denn? Keine Ahnung! Der ist zu teuer für uns! Hey, nicht anrufen! Wir können vorher schon mal gucken, was es wird! Was willst du? Hä? Bestell endlich! Blau! Auf die Fresse will er! Aufs Maul! So wie die Kerl über den Tresen einmal ins Gesicht boxen! Willst du noch was? Willst du Nachtisch? Blau und Potato! Potato! Ja, Gieß kommt an die... Ah, Gieß kann es runter geben! Ja, kann es mehr geben! Boah, die brauchen voll lange, die Potatoes! Der Blaue braucht voll lange! Boah! Also nicht, aber... Der Fisch... Machen wir mehr Pommes, oder? Ja, mach schon mal ne Potatoes! Pommes! Pommes, okay! Blau und... äh... Potato auf Rot! Das war ein Fehler, dass wir das genommen haben! Nein, was nicht! Nein, halt dein Baul! Das ist... Wir kriegen dafür weniger Leute! Ja, aber... Leute waren doch eigentlich... Uäh, uäh, uäh! Ich bin der Flo! Ich muss mal... Ja, komm! Halt! Ich fresse ihn! Schlagt euch! Mein Gott, ey! Am besten packst du Kartoffeln zwischen uns, oder? Dann kann jeder sie nehmen für seinen Fisch! Ich brauche Kartoffeln auf Blau! Warte, ich kann Kartoffeln nehmen! Okay! Zwei Blau! Metalla! Nimm ihn doch! Du bist zum Abwaschen zuständig, Mongo! Ja, er wollte ihn... Er wollte ihn nicht nehmen! Ja, wunderschön! Ich finde das gut, dass sich das Mongo jetzt mittlerweile eingebürgert hat! Hast dich nicht immer eingebürgert? Die Mongos sollen sich nicht einbürgern! Boah! Eieiei! Weißt du? Rikis haut direkt einen raus! Hopp! Dumbwaiter! Was haben wir da jetzt? Ist das ein Discount? Ich würde sagen, wir holen den Discount und scheiße erst mal verdoppeln! Dann können wir was anderes da reinpacken! Spielwerken für euch? Ja! Upgraden und günstiger machen! Warte, ich hab's gleich! Wo ist das? Oh, ist da reingelaufen! Fallen! Nee, warte mal! So rum! Jetzt hab ich's! Wollen wir vielleicht noch einen zweiten? Wollen wir mich lieber einen upgraden lassen? Also ernsthaft? Flo, du musst schon mal deine Sync upgraden? Wollen wir mich lieber einen Herd upgraden? Ja, dann mach lieber den Herd, ja! Dein Job ist schon einfach genug, ja? Ja, ich hab das nicht gesehen, dass da ein Hopp liegt! Achso, warte! Nein! So! Können wir direkt sehen, was für Klingel... Was ist das denn?! Oh, Danger Hopp! Das ist bestimmt der, der schnell geht! Das ist gut! Danger ist gut! Die Verbrennung eh! Wir haben geklingelt schnell! Das ist in die Küche laufen! Klingelstreich! Ich brauch zwei Rot! Oh, Christian wollte einen Not ein... Schneller! Schneller! Zwei Rot! Zwei Rot! Und nochmal Rot mit Potato und einen Blauen! Warum hast du jetzt den Teller da weggebracht? Hör auf! Rum zu heulen! Ich brauch noch einen Roten! Und einen Potato abgeben! Ja, mach doch! Hey, hey, hey! Warte, Alter! Oh, Leute, Alter! Jetzt räumen wir mal nicht ab! Ja! Ich, Mongo! Du, Mongo! KS, Mongo! Ey, komm! Ich helfe dir sogar, weil du so lange brauchst! Ja, ich kann halt auch nicht alles gleichzeitig machen, ne? Alles gleichzeitig! Ja, ich kann nur immer nur eine Sache nehmen, ne? Ich brauch Blau da drau... Okay, ich brauche Kartoffeln auf einen der blauen! Nee, auf einen der roten! Sorry, ich habe mich vertan! Halt das mal! Ich mach mal eine Kartoffelgröße. Ich mach mal sauber. Ich brauche zwei blaue! Wir müssen die Spüle ein bisschen woanders hinpacken. Stehst im Weg, damit ich das oben bei Gizmet abnehmen kann. Ja, das ist richtig! Ich brauche einen blauen! Kommt! Game over! Wird eingesogen! Mach doch das sauber! Da habe ich keine Zeit für! Wir stellen die Spüle gleich hier so hin, damit der sauber macht oder so! Ja, aber dann kommt man da scheiße hin! Wir müssen den Tisch einen nach unten stellen! Na ja, oder table creates no mess! Ja, dann! Giz! Achso, Giz hat rechts gemacht! Schautet! Kip! Nice! Ups! Ich habe schon immer vergessen einzustellen, dass die Blueprints draußen landen! Wo packen wir den hin, Besten? Zwischen uns? Wow, was ist das denn? Was kann der? Der hat LED-Lichter. Der macht richtig schnell. RGB, Junge! Da können Kartoffeln und Blau drauf, auf jeden Fall. Also, ihr dürft nicht anbrennen lassen, sonst brennt das Ding. Ja, ich will auch, Christian. Ja, gut, okay. Die 30 kostet. Ja, und die anderen kosten 60, wir kriegen nicht mal mehr was zusammen. Denn das ist, oder? Kleine Deckenleuchten. Oder wir kaufen eins für 30 und rerollen, aber das ist auch zu teuer schon. Wir nehmen das für 60, nehmen wir einfach mit und machen das billiger. Jetzt hast du beide Rollen hässlich gemacht. Oh, warte. Ja, sorry. Stimmt. Wollen wir echt Sachen nutzen, die wir aufstellen müssen? Wir haben echt wenig Platz. Ach, Quatsch, wir haben genug Platz. Dann lieber Deckenleuchten, Dartscheiben. Deckenleuchte können wir schon mal kaufen. Ja, wir können beide Deckenleuchten rollen. Hier, dann seht ihr endlich mal wieder was. Was? Woher ist auch, glaube ich, so optimal ist das so. Ich will das lieber hier irgendwo hängen haben, wo das niemanden stört. Das stört mich da hinten. Zum Glück bist du in der Küche und kommst da nicht raus. Bis zum Glück. Vielen Dank.